Der DAX ist Mr. Unstoppable, offensichtlich der Markt, der keine Drehbewegung kennt. So scheint es zumindest mal. Wir sehen hier den DAX Future und der strebt weiterhin nach oben, auch heute Nachmittag. Also wir haben eine sehr korrektive Abwärtsbewegung hier gesehen, ganz klassisches korrektives Bild. Im Moment strebt er wieder nach oben, zwischendurch mal kleinere oder größere Pausen. Also wir merken uns eine erste Anstiegsbewegung, eine Flat Korrektur, die sieht klassischerweise so aus. Dann haben wir hier eine kleinere Korrektur. Ich würde also mal für die Elliot-Wellenfreaks unter euch behaupten, wir sind in der ersten, zweiten und jetzt innerhalb der dritten in einer kleinen 1, in einer kleinen 2 und jetzt in der dritten unterwegs. Also irgendwie sowas in dieser Richtung würde man vermuten. Also alles, aber eher Szenarien nochmal für weiter steigende Notierung. Es sieht so aus. Das ist jetzt Fantasie. Das wäre perfekte Theorie, aber nicht immer bewegt sich der Markt theoretisch perfekt. Aber es deutet sich zumindest mal an, dass die Marktteilnehmer auf keinen Fall irgendwie großartig Lust versprühen, aktuell auf die Short-Seite zu wechseln. Das heißt, solange die Abwärtsbewegungen weiterhin korrektiv bleiben, ist alles erstmal sowieso safe. Ihr solltet dann aufpassen, wenn die Abwärtsbewegungen steil werden. Also wenn wir solche Bewegungen vielleicht bekommen, das können wir nie ausschließen. Falls ihr sowas seht, dass das passiert, ist das nur ein erstes Indiz. Ganz wichtig ist dann noch, dass die Gegenseite wackelig, also sprich korrektiv ist. Ihr wisst ja, korrektiv sieht entweder so aus mit vielen Kursüberschneidungen oder eben dreiwellig. Dreiwellig ist ebenfalls ein ganz klassisches korrektives Muster. Wenn ihr etwas dreiwelliges seht, dann ist das zumindest mal Vorsicht angesagt. Daran solltet ihr immer denken. Also dreiwellig und dann wäre der entsprechende Trigger für die entsprechende Short-Seite das. Aber danach sieht es im Moment ja noch nicht aus. Aber als Warnsignal nicht, dass ich hier von der Long-Seite rede. Der Markt dreht nachher und ihr sagt, ihr hast aber von Long gesprochen. Ja, dieses Long-Angebot gilt, solange die Aufwärtsseite die starke ist und die Abwärtsseite vielleicht so eben runterkommt. Das stört mich dann auch nicht. Alternativ dreiwellig, möglichst symmetrisch, dreiwellig, ähnliche Größenordnung wie die. Sowas in der Richtung ist alles noch safe. Und würde mich beim Bruch dieser Zwischenhochs, wichtig nicht dieser Marke hier, das ist aus meiner Sicht keine gute Einstiegsmarke, sondern dieser Zwischenhochsmarke. Das ist das typische, das sinnvollste, das beste Einstiegsniveau klassischerweise. So, also im Moment ist es die Aufwärtsrichtung. Und wer jetzt sagt, kann ich jetzt noch einsteigen? Mein Tipp, wartet auf den nächsten Rücksetzer. Es ist lohnenswert, auch wenn der Kurs erst weiter steigt. Ich weiß, viele vertun sich da und sagen, ja, aber dann hätte ich doch günstiger einsteigen können. Ob man günstig einsteigt, hat nichts mit dem Preisniveau zu tun. Dann dürfte man bei 13.000 eh nicht einsteigen, denn da war auch schon mal bei 2.000. Das war doch viel günstiger. Oder bei 7.000. Ist doch eh viel zu teuer. Entsprechend, ob teuer oder nicht, hängt davon ab, wie könnt ihr euer Risiko dimensionieren. Und an der Stelle hier oben müsstet ihr eigentlich euer Risiko hier oder da unten dimensionieren. Wenn ihr einen neuen Rücksetzer habt, dann könntet ihr sagen, okay, ich orientiere mich an diesem Zwischentief, also in dem letzten Tief hier. Das wäre quasi dann mein Einstieg. Und dann habe ich hier wieder eine Risikogröße. Und das ist normalerweise kleiner, als wenn ihr am höchsten Punkt einkauft. Das gilt übrigens auch für die ganz langfristigen unter euch. Also auch wenn ihr hier jetzt überlegt, kann ich übergeordnet, wenn ich übergeordnet handeln will. Auch hier gilt, das ist für mich kein so toller Einstiegspunkt. Nicht, weil der Kurs nicht weiter steigen kann. Das ist durchaus möglich. Aber dieser Anstieg sagt ja erst mal noch nichts aus. Ich muss ja wissen, welchem Risiko stehe ich dem gegenüber. Dann erst kann ich die Positionsgröße bestimmen. Und da wissen wir, je weiter ich das Risiko absichern muss, desto kleiner ist die Positionsgröße. Es kann also lohnenswerter sein, teurer, also sprich später einzusteigen, wenn ich es enger stoppen kann, aufgrund der charttechnischen Gegebenheiten, zum Beispiel, weil wieder so ein Rücksetzer war, als jetzt hier einzusteigen. Vielleicht günstiger, aber dafür dann zu sagen, naja, ich muss ja stoppmäßig entsprechend Luft lassen für die nächste Korrektur. Brauche also einen irgendwo weiter entfernten Stopp. Typischerweise, die 78er nach meiner Fasson. Aber ihr müsst es ja nicht machen, wie wir das machen. Aber statistisch ist das eigentlich ein ganz guter Wert. So, also insofern ist das im Moment zwar alles noch ein bullisches Bild. Wer drin ist, alles gut. Weitermachen. Nicht ärgern, nicht wundern. Einfach sagen, ich ziehe den Stopp irgendwie hinterher. Da könnt ihr euch entscheiden, ob ihr ein bisschen engere oder ein bisschen weitere Variante fahrt. Aber das sind alles so Varianten, die man da machen kann. Der wäre mir allerdings deutlich zu weit jetzt hier, ehrlich gesagt. Denn wenn jetzt die nächste Korrektur kommt, müssen wir immer damit rechnen, dass die diese gesamte Bewegung so halbwegs halbiert und oder zumindest mal in dieser Größenordnung unterwegs ist. Und damit kommen wir dann ganz schnell in die Gefahr, dass wir dann ausgestoppt werden, hier an diesen Punkten beispielsweise. Da würde ich also entweder die weitere Variante, ich ehrlich gesagt aber eher die etwas engere Variante fahren. Also wahrscheinlich irgendwie sowas in dieser Art. Und wer jetzt sagt, es ist aber auch nicht optimal. Ihr dürft nicht vergessen, Traden ist nie optimal. Man wünscht sich das immer. Ja, wie müsste ich das machen, dass ich hier die volle Bewegung. Das ist ein Einmalgeschichte. Dann funktioniert das hier, funktioniert aber beim nächsten Mal schon nicht. Ihr solltet immer versuchen, den Trade nicht optimal zu machen, sondern den Trade so zu machen, dass er durchschnittlich gut ist. Nicht, dass er auf die Einzelsituation optimal ist, weil Traden eben ein Massenphänomen ist und nicht ein Einzelgeschäft ist. Also sprich so von wegen, das ist jetzt der eine Trade und der muss jetzt besonders gut werden. Vergesst das Ergebnis eures nächsten Trades. Das ist völlig unrelevant. Auch wenn man das Gefühl hat, doch, doch, der ist ganz wichtig für mich. Den habe ich jetzt mitgefiebert. Trader orientieren sich nicht am einzelnen Trade, sondern Trader orientieren sich an ganzen Bündeln von Trades oder einer Vielzahl von Trades eben und leiten daraus dann eben ihre Ergebnisse bzw. wie sie den Handel dann entsprechend umsetzen wollen. So, da kann man dann ein bisschen enger oder ein bisschen weiterfahren. Das ist auch ein bisschen persönlicher Gusto, was da Sache ist. Das hängt jetzt davon ab, wo seid ihr genau eingestiegen? Was macht da Sinn? Aber jetzt auf dem höchsten Punkt da einzusteigen, hier im Tageschart, halte ich nicht für sinnvoll und auch Intraday würde ich sagen, wartet solche Rücksätze ab, um dann eben noch mal einzusteigen. Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Welle. Nach der fünften Welle ist dieser Zyklus rum. Dann haben wir die erste, zweite, dritte, vierte, vielleicht fünfte Welle und danach kommt wieder eine etwas größere Korrektur und danach habt ihr wieder die Möglichkeit einzusteigen. Also ihr seht, das sind häufig diese Zyklen, die wir drin haben, diese Unfälligkeiten, dass der Markt eben irgendwie nach grob diesen Verhaltensmustern große, kleine Korrekturen eben verläuft, wartet also dann auf die entsprechend nächste große oder etwas größere Korrektur und steigt dann eben entsprechend ein. So, wie sieht es beim amerikanischen Markt aus? Der sieht ganz anders aus. Ich habe es gerade gesagt, unstoppable, das ist der DAX, aber wenn man ehrlich ist, der Dow Jones beispielsweise, der sieht gar nicht so doll aus. Immerhin ist die Abwärtsbewegung, vergleicht das selber, wie würdet ihr die einschätzen? Ist das eine Impulsbewegung runter oder ist das eher was Korrektives? Denkt immer dran, Korrektiv ist mit Kursüberschneidung. Das kann man, also insbesondere ähnlich große Bewegungen, die dann überschneidend sind, weil Überschneidung gibt es immer wieder mal, aber die Frage ist, sind das ähnlich große Korrekturen oder sind das kleinere Korrekturen oder größere Korrekturen, die ihr da miteinander vergleicht? So, und wenn ich jetzt hier mal als Beispiel dieses Teilstück von hier nach hier mehr angucke, dann haben wir hier eine Gegenbewegung, ähnlich groß, ähnlich groß, ähnlich groß, alles überschneidend. Das heißt, die sind auf ähnlichen Preisniveau. Ihr könnt hier eine Linie ziehen, alle diese Linien, alle die Gegenbewegungen laufen da durch. Das heißt, da haben wir viele, wir sagen häufig Überlappungen dazu oder Kursüberschneidung. Das heißt, diese Abwärtsseite hat sehr starke Ambitionen, korrektiv zu sein. Das ist so vielleicht die letzte Hoffnung der Bullen, nämlich solange das eine Korrekturbewegung ist, dass sogar noch mal einmal hier die Bewegung nach oben ansteht. Ich halte das für gar nicht so unrealistisch. Ein möglicher Einstieg ist dann jedes Mal das Zwischenhoch. Also was wir hier haben, wenn der Kurs jetzt hier gleiches Tief oder idealerweise noch ein bisschen tiefer geht, wäre das dann ein möglicher Long-Einstieg. Also vereinfacht gesprochen könnte man sagen, wenn wir das haben, letzte Tief, vorletzte Tief, das Hoch dazwischen. Gucken wir hier nochmal konkret. Letzte Tief, vorletzte Tief, das Hoch dazwischen. Das wäre dann in Ordnung als ein möglicher Einstieg für die Long-Seite. Insbesondere, wir haben dann ein bisschen Platz. Viele sagen, ja, dann verpasse ich so viel. Seht das anders. Das ist nicht verpasst, sondern das ist euer, man sagt auch gerne Proof of Concept, passt das Ganze. Wenn die Bewegung nämlich so hoch kommt, dann werde ich diese Order, diese Long-Order, definitiv streichen, denn das wäre wieder korrektiv und damit die falsche Richtung. Sieht diese Bewegung aber so aus, vielleicht auch unterbrochen von solchen Korrekturen, dann ist das genau das Richtige. Und dann sage ich mir, wenn er die Marke bricht, umso lieber mit echten Chancen, dass wir dann das alte Hoch hier auch nochmal rausnehmen. Also so habt ihr immer so eine gewisse Orientierung, wie ihr eure Einstiege plant. Also das mit diesem Einstieg, denkt immer dran, dreiwellig ist korrektiv oder von mir aus auch mehrwellig. Ich sage immer wackelig dazu, klingt unvermännisch, aber trifft es auf den Punkt. Letzte Zwischenhoch oder hier letzte Zwischenhoch, eventuell aggressiver dieser, aber ihr seht schon, der ist irgendwie so mittendrin liegend. Dann nehme ich lieber diesen hier, der quasi an der Oberseite dieses Trennkanals dann eben entsprechend ist. Aber das geht hier auch. Das ist dann nur etwas, wir sagen, aggressiver dazu. Besseres CRV, schlechtere Trefferquote. Da müsst ihr euch überlegen, was euch wichtiger ist. Trefferquote oder Chance, Risikorelation. Wir nehmen lieber typischerweise das. Manchmal nehmen wir das eben auch, je nachdem, wie viel Druck wir haben, dass wir noch eine Lungenposition haben. Meistens haben wir viele Positionen, dann sind wir nicht in der Not, aber stellt euch vor, wir haben ganz wenige Longpositionen und viele Shortpositionen in verschiedenen Märkten, dann bin ich vielleicht, oder Aktien, dann bin ich vielleicht besonders interessiert, noch mal eine Longposition einzugehen und dann wäre das ein möglicher Trigger hier für die Longseite. Interessanterweise, ich hätte fast gesagt, witzigerweise, aber so witzig ist es gar nicht, sieht es beim S&P nicht so doll aus. Zumindest das übergeordnete Bild. Wir haben ja die immer noch wackelige Aufwärtsseite, das habe ich jetzt so häufig erklärt, das erkläre ich nicht nochmal. Diese Abwärtsseite ist sehr dynamisch. Hier im Wochenchart, das ist vom 1. November ziemlich steil runter. Ich mache das mal einmal groß, dann könnt ihr das vielleicht besser nachvollziehen. Diese Bewegung, die wir hier haben, relativ steil nach unten. Und diese Aufwärtsbewegung ist korrektiv. Warum ist die korrektiv? Schauen wir sie uns unter der Lupe an. Das seht ihr hier. Das ist Teil der Aufwärtsbewegung hier. Also das, was ihr hier seht, ist das, was ihr hier seht. Gegenbewegung alle wieder überschneidend. Das heißt, dieser Anstieg macht einen korrektiven Eindruck. Und das lässt vermuten, dass wir eine realistische Chance haben, dass sogar das nochmal passiert. Vielleicht wäre das hier in etwa bei 3.750 in etwa ein möglicher Short-Trigger hier. Ein bisschen aggressiver hätte man vielleicht hier schon den Short eröffnen können. Das ist hier das Tief, quasi diese Tiefmarke gewesen. Hier 3.700, was ist es? 98, 99, irgendwie sowas hier beim Future. Die nächste Marke wäre vielleicht bei 3.770, so in etwa. Das wäre ein möglicher Trigger mit Erwartungshaltung, dass sich das hier vorne nochmal nach unten fortsetzt. Nicht ganz optimal ist, dass wir hier sehr wackelig bisher unterwegs sind. Aber wir haben ja bis zum Trigger da unten noch ein bisschen Platz. Also insofern ist das erst nochmal völlig safe. Wer schon Short ist, weil er gesagt hat, ich nehme schon eigentlich diesen hier als Trigger hier, diese Marke. Der ist jetzt im Moment noch beim Einstieg und damit erstmal alles safe. Wie gesagt, die Zielerwartung in etwa diese Länge nochmal. Ich kann es mal einmal für euch messen, dass ihr ungefähr wisst, diese Bewegungsrichtung nach dieser Gegenbewegung nochmal. Also Zielmarke 3.643, 444, irgendwie sowas um den Dreh wäre jetzt so ein typisches Ziel. Und manch einer sagt sich, ja, da haben wir hier eh eine Unterstützung. Naja, würde ja auch vielleicht dafür sprechen, dass man dann sagt, können wir, sollen wir, müssen wir hier Gewinne mitnehmen. Dass man da vielleicht nochmal drüber nachdenkt. Stichwort wäre diese Marke. Vielleicht haben wir noch eine Extension da in der Ecke. Nö, die liegt ein bisschen höher, klastert jetzt nicht. Aber ihr seht schon, also das kommt hier als eine Zielzone absolut in Frage. Vielleicht sogar mit Chancen auf mehr. Warum? Weil das korrektiv ist, angesichts der vielfachen Kursüberschneidung. Auf jeden Fall nicht eine richtig tolle dynamische Bewegung. Also vielleicht sogar mit Chancen auf mehr. Idee wäre, nicht hier alle Gewinne mitzunehmen, vielleicht Teilgewinn mitzunahme, Stopp nachziehen und weiterlaufen lassen. Vielleicht nur für die Hälfte den anderen Teilgewinne realisieren. Das sind alles so Möglichkeiten, die man da fahren kann. So, ihr seht ungefähr, worauf das hinausläuft. Nicht so doll ist es beim S&P 500. Jetzt sagt ihr euch ja, wie kann das sein? Das eine ist eine Short-Idee, das andere ist eine Long-Idee. Ja, dafür sind doch die Trigger gut. Ihr könnt doch theoretisch beides vorbereiten. Und dann lasst ihr den Markt entscheiden, was er sich holt. Und selbst, das dürft ihr nicht vergessen, wenn ihr in beide Reihen kommt. Oh, jetzt bin ich Long beim Dow und beim S&P Short. Das kann ja nicht gut gehen. Denkt immer dran. Die Seite, die ihr falsch liegt, verliert nicht so viel Geld, weil der Stopp meistens viel enger dran liegt. Chance, Risikorelation als euer Gewinn. Das heißt, im schlimmsten Fall verliert ihr mit dem einen ein bisschen Geld, gewinnt aber deutlich mehr Geld mit dem anderen. Viele wünschen sich immer, ja, ich will gar kein Geld verlieren. Ja, ich wünsche mir auch jedes Mal am Wochenende Lotto-Jackpot, insbesondere, weil ich gar nicht spiele. Aber das ist nicht unsere Aufgabe als Händler. Als Händler ist es, die Gestaltung so vorzunehmen, dass sie statistisch vorteilhaft ist. Das heißt, regelmäßig Vorzüge eben erlaubt. Und es ist durchaus von Vorteil, wenn ich sage, eigentlich kann ich von beiden Richtungen partizipieren. Bei dem einen verliere ich vielleicht ein bisschen was, aber bei dem anderen gewinne ich dann deutlich mehr und habe dann in der Summe auf jeden Fall eine realistische Chance, positiv zu landen. So, Nasdaq ist so ein bisschen ein Mittelding, so ein Zwitter, also eigentlich falsch. Es ist grob gesagt auch die Abwärtsseite wie beim S&P. Mir gefällt nur diese Abwärtsseite nicht. Deshalb würde ich da den S&P wohl vorziehen, was das angeht. Aber der Nasdaq-Index hier, wir sehen den Nasdaq 100 als Future, zeigt alles andere als eine starke Aufwärtsbewegung. Insofern, der ist sicherlich untergeordnet einzuschätzen. In diesem Sinne, euch erstmal alles Gute. Toi, toi, toi und liebe Grüße.